Ein sehr solider Backup für den derzeit aktuell besten Verein der Bundesliga. Hält den Ball im Spiel, zwingt Riccardo weiter da. Hält den Ball im Spiel. Zubestimmen, um gar nicht großartig auf Endschläge zu gehen, sondern vielmehr den Ball im Spiel zu halten. Zumindest ein, zwei Mittel weniger, als Riccardo weiß er das hat und das wird natürlich auch dem Düsselersatz hinten raus. Etwas enger in der Öffnung. Tolle Rückhand, wieder ein bisschen Inside-Out gespielt. 9 zu 6. Nicht rufe. Oh, die Kollegen. Und der vermeintlich einfachste Ball. Er trifft ihn eigentlich.